Hallo! Für den Vorlauf, natürlich auch hier, aus deutscher Sicht schauen wir mal auf den Platz 2, auf den der Handel, die hier von den Bundesweinern für dieses Land nominiert wurde. Es geht ja für die deutschen Sportler auch darum, sich für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Dann geht es an die Weltmeisterschaften darum, die Weltmeisterschaften sind in der Russen, in Bayern, auch auf die Grundpresse, die wir die Teilnahme machen. Wir haben das 21. Spiel 2016 in der Regulierung zu erfahren und das ist hier schon eine gute Standortbestimmung im internationalen Vergleich hier bei der Weltmeisterschaften aus dem Stuttgart. Die Führung bei der Fahrt, ach, bei Russland, auch sehr, die haben Pischka, die zweite Position, das ist richtig sehen, weil wir in Südverkursen, haben wir gerade im Portrouten, die dritte Position, das ist ganz klar, ob es die Bahn 3 ist, die Kamera vor der Führung, die dritte Position, aber wir schauen noch mal auf die Fahrt, die dritte Position, aber wir schauen noch mal auf die Fahrt, die dritte Position, die dritte Position, die dritte Position, die dritte Position, die Schlüssel, die europäische Mostbottannien und die dritte Position, die 6, Jürgлючsälie, Die 6, dann haben wir die 3, die 9.